Ich gehe gerne nochmal die Zeugenaussage durch. Was denn für eine Zeugenaussage? Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Besuch mich im Chat. Besuch mich im Chat. Who are you talking about, you two? Just, just the kid we met. 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 Just the kid we met. Vielen Dank.